Schließen Sie die Augen. Nun hören Sie in sich hinein. Wann ist Ihnen das letzte Mal Gewalt widerfahren? Da wird eine Identifizierung wohl schwieriger. Was ist da passiert? Der war da so blöd und hat die Falsche abgeknallt. Ich hab Schiss, okay? Und ich vertraue keinem von euch. Ja, bitte. Daniel Winter, Krippe Köln, meine Kollegin Greta Lindberg. Jasper, ihr kennt euch? Wir haben uns öfter darüber unterhalten, wie wir unsere Mütter umbringen können. Mörderprofessor untergetaucht. Exklusiv von unserem Reporter Kai Schilling. Denken Sie heute noch ab und zu daran zu morden? Täglich. Ich habe heute Mittag erfahren, dass dieser Schreiberling Kai Schilling ermordet wurde. Die Big schreibt ja, dass er so ein bisschen... Ja, defensiv. Es hat eine angenehme Langeweile, Ihnen beim Kombinieren zuzuschauen. Es geht um 100 Kilogramm unverschnittenes Kokain. Ich will mein Geld oder meine Ware. Fangen Sie endlich den Mörder von Frau Deckert. Tut mir leid, ich schaffe es heute nicht, dich zu besuchen. Okay. Ich will ein normaler Mensch werden. Wie soll das denn gehen, bitteschön? Lektion 1. Wach auf und lebe in der Gegenwart. Halt auf! Polizei! Sie sind festgenommen! Er dreht durch, völlig durch. Ich will meinen alten Professor wieder, bitte. Jasper, was hast du vor? Ich finde ihren Mörder.